Liebe Kinder, als der Igu am Morgen vom Heiligen Abend aus seinem Winterschlaf erwacht, hat er noch viel zu tun. Seine Verwandten und Freunde wollen ihn nämlich besuchen, um zusammen mit ihm das Weihnachtsfest zu feiern. Bevor er aber seine Höhle festlich schmückt, fällt ihm voller Schrecken ein, dass er noch gar keine Geschenke hat. Sofort macht sich der Igu auf den Weg und wird dabei unterwegs in so viele Abenteuer verwickelt. Es müssen nicht nur verschwundene Igu-Kinder, sondern auch Mäuse und kleine Vögel gerettet werden. Wird sich der Igu noch rechtzeitig arbeiten, Geschenke für seine Freunde zu besorgen und seine Höhle weihnachtlich zu schmücken, bevor seine Gäste kommen. Amen.